und ein ganz herzliches willkommen hier zu einem ganz kleinen snacktests beziehungsweise unboxing ja ich habe heute echt wunder wunderschöne erlebungser gehabt und es kann ich mir einfach mal ein richtig leckeres kuchen gedöns ja ich sage euch in die verpackung kennt mir nämlich gerade schon alles warmen gemacht und jetzt geht's los das ist nämlich ein belgisches schokoladen zoffle ist so lecker ist super lecker gibt es übrigens von rewe feine welt also da muss man schon schauen im kühlregal gibt es eigentlich das gibt es im kühlregal zu kaufen lecker wirklich auch sehr gut und ist leider schon verfallen aber was soll ich machen flüssiger kern warben genießen ja es sieht sehr lecker aus hier auch auf dem bild man soll es in der mikrowelle warm machen für ein paar minuten oder auch für ein paar sekunden dann hat man das leckere schokoladen so vielleicht schon warm gemacht ich habe jetzt noch ein bisschen es bunter machen lassen wir als ein bisschen vielleicht auch ob ich ja auch gut aussieht das ist ein bisschen ob ich ja auch gut aussieht habe ich mir so dach auch vor euch auch für mich und ich würde sagen wir testen man dieses leckere füllungen wie ihr seht ist hier so ein bisschen flogen drin hier die auch noch mal das über die hülle hier aber die habe ich ausgepackt ja das halbe sind hier drin jetzt probiere ich die leckere kuchenmaße mal danke ich war gut einfach nur wirklich ok ja köstlich cremig 1 a ja also so lecker es ist natürlich auch verdammt mächtig der kuchen aber er ist so lecker er schmeckt einfach nur sensationell leckere kuchensauflé mit so einer leckeren schuladen führung drin ist einfach nur sehr lecker für den richtigen heizhunger krieg kann man jetzt auf jeden fall auch geben sensationelles produkt ich gebe von 10 den neuen punkt an heute punkt wird sagen man kann sich auf jeden fall mal gönnen es ist so lecker verpackung die verwahrung entspricht auch einfach alles was so gibt in diesen diesen coolen ja verpackungs beschreibung es ist übrigens zweimal das drin gewesen also das heißt dass ich schon mal einen rausgenommen habe aber ja ich würde jetzt weiter mit euch zusammen testen das haben wir auch gerade gemacht daran dass ihr dabei gewesen seid ich liebe euch und deswegen geht es auch beim nächsten mal weiter etc einfach nur hast gute quiz für das ferröl fach heute so viel am start hatten ok jetzt aber Ơ fato